Was geht? Willkommen zu einer Weiterrunde von Fortnite. Mit dabei heute Micky, Petrit, das Trio der Zerstörung und heute ein neuer Gast, der uns heute leiten wird. Kelly ist mit der Start. Du Penner, ey. Was denn? Jo, Jungs, macht euch bereit. Kelly, du zeigst uns heute ganz genau, was wir tun. Du sagst, wo wir runtergehen, Kelly. Du sagst, ob wir angreifen oder nicht. Du bist heute Chief Commander, Kelly. Du bist heute Chief Commander. Mit Challenge, Alter. Mit Challenge. Coach, wie wär's mit einer motivierenden Ansprache? Also Jungs, wir killen die alle weg. Wir machen die alle fertig. Platz 1, ich seh's schon. Ich hab's jetzt ganze drei Kills gemacht, Leute. PC. Ihr könnt mir auf mich vertrauen. Gut, Kelly, wo gehen wir runter? Ich möchte zum Rosabaum. Was? Lucky Landing. Lucky Landing. Ja. Ich schwöre noch einmal in meinem Leben. Das ist sehr weit weg, Kelly, aber wenn du sagst, dass du... Achso. Ich bin ein bisschen überfordert, aber gut. Ich komm doch nicht hin, Alter, weil ich ein Bot bin. Lass uns Battlefields gehen, Micky, komm. Okay. Kelly, Kelly, ich glaub, dass das... Ja, doch. Ja, ja, ich bin hier. Ich bin hier. Aber Kelly muss jetzt sagen, dass es in Battlefields geht, ne? Achso. Battlefields, Leute, los geht's. Sehr gut, Kelly. Jetzt ist jemand am Dach gelandet, glaub ich, oder? Aber was, wenn jetzt Kelly stirbt? Ist dann weiter Coach so? Natürlich. Ja, klar. Ich seh doch trotzdem, was ihr macht. Wer schießt hier? Seid ihr das? Das ist Micky. Ich hab jemanden gekillt. Ich muss das wissen, weil sonst gerate ich direkt wieder in Panik. Nein, nein, nein. Alles gut, Kelly. Okay. Ich hab nur ne Armbrust, Jungs. Ich hab mich hittet. Oh mein Gott. Noch einmal. Noch einmal. Oh. Hat jemand schon was zum Heilen? Ah, sorry. Ich muss leise sein jetzt, Kelly. Wie ein Mäuschen. Ich muss leise sein? Ja, wir müssen hören, ob jemand kommt. Aber das weißt du als Coach natürlich. Ja, klar. Ich hab ne grüne AR für irgendeinen Bob, der will. Ich möchte, ich hab noch gar nichts. Sehr gut, Coach. Kommen Sie her. Hier, Coach. Warten Sie. Dankeschön. Hier. Entschuldigung, Coach. Was sollte denn das getanztes? Tut mir leid, tut mir leid, Coach. Ich wollte ihn nur informieren. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich leid. Respekt bitte. Unfreundlich, ja. Ja, ja, ja. Natürlich, natürlich. Was ist mit da hinten? Weißt du, was ich gemacht habe? Ich baue mich hoch. Petra, Petra, lass bitte den Coach ausreden. Okay? Was war das? Wart ihr das? Ach so. Gut gemacht. Super. Ah! Help! Wo kam es her? Alles gut, Coach. Alles gut. Es ist alles geplant. Es war Micky. Alles gut. So, ich sammle noch den Müll von euch ein, denn ihr sollt ja hier lernen und die besten Sachen kriegen. Genau. 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 Ich kann ein Lagerfeuer machen. Wollt ihr? Ja, Coach. Um die Stimmung ein bisschen zu verbessern, ja? Natürlich, Coach. Ach so, das Feuer heilt. Ja, ja. Das ist ja interessant. Ja, Coach, das wussten Sie sicherlich, oder? Ja, klar wusste ich das. Deswegen kam ich das Feuer ja hier auch zu unserer Rehabilitation. Genau. So heißt das Wort. Micky, lass sie weg, diese Begriffe. Coach, was machen wir jetzt nächstes? Sollen wir Richtung Retail-Roll gehen, Coach? Das scheint... Wir sollten ja weitergehen, weil das ist hier... Bringt hier nichts. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Ne? Ich würde sagen, ihr solltet sehr aggressiv spielen und macht sie fertig. Als würden wir diese Runde gewinnen, Alter. Aber... Ja, wir werden diese Runde gewinnen. Petren, ohne Witz, hör mal auf jetzt hier, Alter. Mit dem Coach, das geht schon los. Also, das ist eine Motivation wieder, weißt du, halt doch mal den Team-Spirit ein bisschen nach oben. Das geht ja gar nicht. Okay, Coach. Wir gehen weiter nach Retail-Roll, wie Sie gesagt haben. Ja, ich sehe euch. Alles cool. Petren, bist du zufrieden mit der Leistung des Coaches bis jetzt? Ja, auf jeden Fall. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Von hinten wurde geschossen, Coach. Oh, okay. Ja, ja, Gegner Südosten. Coach, wollen Sie kämpfen? Äh, ja. Sehr gut, Coach, dann machen wir das. Okay. Okay, wir bauen eine Stahlfront vorne auf. Auf geht's. Oh, ganz viele Gegner hier. Vor Mickey sind welche und links davon sind auch nochmal welche Richtung 165. Der eine hat irgendwie versucht zu snipen wie ein Bot, Alter. Mickey haust du ab? Ja, ich bin gerade abgenommen. Also, ein ganzes Team Südosten, ein ganzes Team 195. Oh, ich kann mich nicht ducken. Ich muss mich hinterm Baum verstecken. Pass auf, Revi, links. Dein ganzes Team links. Ja, weißt du, Mickey. Was ist denn das für eine Dreckswaffe? Okay, ich treffe gar niemanden. Haben beide geholt hier links? Uuuuh! Trin, Patrick. Habe einen genockt? Einen genockt mit der Armbrust? Perfekt. Der Armbrust, nice. Ist da immer noch einer hinter der Wand? Ja, ja. Ist down? Ich versuch mal die Dinger einfach kaputt zu schießen, wenn es euch hilft. Kommt ihr mit vorpushen? Push mit Treppen, Revi, nicht mit Wänden. Hab ihn. Wunderschön. Sehr gut, Coach, sehr gut. Das haben sie gut gecallt. Sehr gut gemacht, danke. Habt ihr jetzt alle überlebt? Gerne. Seid ihr gut gelaunt? Ja, Coach, alles gut. Coach, danke schön, danke schön. Der Spirit ist das Wichtigste. Der eine Typ mit der Armbrust getötet worden ist, das muss man einfach mal sagen. Ja. Das war eine starke Leistung. Wer war das wohl? Ja, ja, man wundert sich, Coach. Ich erinnere mich nicht mehr so ganz. Coach, sollen wir zurück in die Zone gehen vielleicht? Ja, bitte einmal in die Zone. Sehr gut, Coach. Danke schön, danke schön, danke schön. Danke schön, danke schön. Bitte einmal in die sichere Zone rein. Petrit, was denn? Nichts, bin gut, Digga. Petrit, was ist denn der Problem? 18 Leute noch, ne? Fokus. Ja, das schaffen wir. Das ist direkt, first try here they win. Das schaffen wir, easy. Der Coach carried uns durch, weißt du. So, alle mir hinterher. Gut, lass uns mal nach Rita Raw gehen, oder Coach? Ja. Sehr gut. Zur Rita. Genau, nach Rita Aura. Hier ist noch eine grüne AR unten, wenn jemand möchte. Ja, nee. Oh ja, neue Pumpgun. Ja? Ja komm, darfst du, ist deine Aufnahme. Natürlich nehme ich mir die, als ob ich die die nicht geben würde. Als ob ich die die jetzt geben würde, Bro. Was willst du von mir, Mann? Ja, also ich hätte die gegeben. Ja, besser ist das, besser ist das, Alter. Ich stehe mal wache, okay? Ich weiß, ich habe die nicht. Coach, kommen sie mit, kommen sie mit. Ich bin da, ich bin da. Rita Raw, hast du nie gemocht? Ne. Warst du mit Rita Aura? Ja, die würde mal schon. Was ist mit Ritas Rita? Petra, was möchtest du damit jetzt sagen? Die würde man schon. Was, also was willst du damit jetzt sagen? Man schon sich auf Handy ziehen und dann... Moment mal hier. Anhören, anhören. Genau. Als Coach... Als weiblicher Coach, Petra... Billige ich diese Sprache nicht. Sehr gut, Coach, sehr gut. Finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Für die Frauen. Für die Frauen. Hat jemand noch Sniper-Munition? Ja. 15 mit einem Schuss. Hier liegt auf der Asphalt jeden Straße. Sehr gut, Dankeschön, Petra. Dankeschön. Vor mir Spieler, vor mir Spieler, vor mir Spieler. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Komplettes Dreierteam. Oh oh oh. I'm trying. Ok, push. Toll. Wo ist er? Knack'er. Oh, er ist gut. Ähm... Bin ich jetzt zu teuer? Ich hab einen, aber... Ich hab einen, aber ich hab den nicht gebrochen. What the hell? Ich hab einen gelockt, hab einen gelockt, hab einen gelockt. Ich lieg' hier vorne. Ich liege hier vorne. Die push. Try, die sind nicht schlecht. Der ist unter dir. Okay, nice. Sehr gut. Micky, kannst du mich hochziehen? Tschüss, tschüss. Hier sind noch Gegner, die uns absnipen. Von O und so. Bau ein. Wo ist Revy? Kelly, magst du mich holen? Hier, ich lieg' vor dir. Ich bin hinter dir. Ey, die neue Pumpgun ist doch gar nicht so geil, ne? Kelly ist noch ein Kick, Micky. Okay, O ist ein Gegner. Macht hier die richtigen Calls. Das ist ein reiner Nauten, Alter. Auch wenn der kommt. Ich hab nicht meine Waffe in der Hand. Was ist los mit mir? Ah! Stopp! Was? Ich hab ihn getroffen. Das ist sehr low. Sehr low. Der ganz oben. Hab ihn schon. Boah! Boah! Den Chuck Chuck kriegt doch sicherlich der Petrit oder der Coach. Der Coach geht's gut. Ja, mein Coach ist alles... Ah! Alles gut, Coach. Das war ich. Okay. Wie kannst du mir so einen Strecken einjagen? Sag mal. Tut mir leid, Coach. Tut mir wirklich leid, Coach. Fragt jemand einen Drink? Was für einen Drink? Einen blauen großen? Ja, geben sie mir bitte. Geben sie mir bitte, Coach. Wie droppe ich das noch nicht? Einfach rausziehen, Coach. Das wissen sie doch sicherlich, oder? Einfach Drag & Drop rausziehen. Genau. Ja, danke, Coach. Hier ist noch ein Medipad für sie, Coach. Das können sie sich nehmen. Danke. Die Zone kommt übrigens. Wir müssen los. Wir müssen jetzt ganz dring los, Jungs. Sehr gut, Coach. Sehr gut, Coach. Man kann ja sagen, was man will, ja? Jungs, ihr seid aber echt unaufmerksam. Das muss ich ja mal sagen. Ja, das ist... Die ganze Arbeit muss echt ich machen, ne? Micky. Ja, 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 ja. Hat jemand? 600 Holz, circa. Drop mal 200 Holz. Ey, wenn ich Zone bin, ja? Ich hab auch mal viel Holz, das ich nicht brauche, ne? Nimm das lieber von mir, weil ich baue gar nicht. Den Doppelklick machst, dropst du 100 immer auf die Material direkt. Ah, good to know. Wusst ich noch gar nicht. What? Micky, where they at? 30. Ah, die schießen da ein bisschen. Warum? Das ist gefährlich. Die gehen, äh, N. Genau, N. Baut sich da einer in den Käfig. Okay. Coach, wollen wir... Coach, sollen wir angreifen? Ja. Ja, greift mal an, ja. Macht die mal fertig kurz. Oh, die haben... Oh, die haben... Oh, äh, W-Gegner. Wir kämpfen gegen W-Gegner, W. B ist down. Ja, komm schon. Wenn wir jetzt von der Seite auch beschossen. Nein, Micky, ich war so close dran. Weiter hit. Bei low da vorne. Von rechts, von rechts auch noch. Ich habe mich im Visier. Macht einfach. Warum drücke ich die ganze Zeit auf Kuh? Alles gut, Coach. Wir holen das Ding jetzt. Keine Sorge. Okay. 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 I'm trying to help you, aber ich kann's nicht versprechen. Nein, gar kein Problem. Ich verschwende eigentlich auch nur meine Munition. Wann sieht man Jumpit? Ich krieg keinen Bock auf dieses Peak hier. Liegt noch recht scharf, Alter. Einer hat einen snipet dann direkt drauf, okay? Meiner hat mich gesehen. Lass uns in der Zone bleiben, oder? Ja. Stimmt, du bist'n komm, Alter. Ich bin so dumm, Alter. Ach, komm, ey. Ich hab einfach gar keine Chance. Lass pushen. Oh, gut. Ich bin ein Bot. Oh, okay. Die haben... ...einen Raketenwerfer, also. Ihr Haus fällt auseinander. Hat Hit. Hat Hit. Ist ultra low. Ist ultra low innen drinne, der Typ. Der ist richtig low. Patrick, kannst du auf jeden Fall pushen. Okay. Einer von denen ist richtig low. Unter dir einer, Patrick. Nice. Ah, da ist einer. Ich hab einen down. Let's take it. Let's take it. Bei mir. Sehr schön. Sehr gut, Coach. Sehr gut gemacht. Coach, da kann man sagen, was man will. Da kann man sagen, was man will, Coach. Extrem gut von Ihnen gespielt. Danke schön dafür. Was? Also wirklich, danke, 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 Coach. Ach so, haben wir gewonnen? Ja, wir haben gewonnen. Coach, natürlich haben wir gewonnen. Perfekt, perfekt. Super, super gemacht. Hey, das war ein Ausgang, so hab ich mir das gewünscht. Ja, ich auch, Hammer. Sehr gut. Genau, ja. Das war's für dieses wunderschönen Video. Schaut definitiv bei Micky vorbei, bei Patrick und bei Kelly. Danke nochmal, Coach, für alles. Und ich würde sagen, das war's für dieses wunderschönen Video. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.